Salut! Hallo! Heute lernt ihr die unbetonten Personalpronomen kennen. Schauen wir erst mal, was Personalpronomen eigentlich sind. Ich bin Nikolas. Du bist Sarah. Er trägt einen Pulli, sie trägt ein Kleid. Jetzt drückt mal auf Stop und überlegt, wo in diesen Sätzen die Personalpronomen zu finden sind. Stop! Habt ihr es geschafft? Ich ist natürlich ein Personalpronomen. Vielleicht wisst ihr auch schon, dass es erste Person Singular, also Einzahl ist. Du bist auch ein Personalpronomen, und zwar zweite Person Singular. Er und sie sind ebenfalls Personalpronomen, nämlich beide der dritten Person Singular. Wir beschäftigen uns heute nur mit dem Personalpronomen der Einzahl. Das Personalpronomen es gibt es natürlich auch noch. Im Französischen braucht ihr es aber gar nicht. Übrigens gibt es ja auch noch das Personalpronomen man, also zum Beispiel, man muss hier lange warten. Das ist wichtig für das Französische, aber dazu später mehr. Fangen wir an mit der ersten Person Singular, also mit ich. Ich heißt auf Französisch je. Je suis Nicolas heißt, ich bin Nicolas. Je suis Sarah bedeutet natürlich, ich bin Sarah. Je travaille, ich arbeite. Je regarde la télé, ich sehe fern. Weiter geht's mit du auf Französisch tu. Das ist die zweite Person Singular. Tu es Pauline. Du bist Paulin. Tu es mon ami. Du bist meine Freundin. Tu joues avec Sarah. Du spielst mit Sarah. Jetzt kommt auch schon eine ganz kleine Aufgabe. Versucht mal diese Sätze zu übersetzen. Du bist Nicolas. Du arbeitest. Du isst. Drück jetzt auf Stop und übersetz. Habt ihr es geschafft? War doch gar nicht so schwer. Tu es Nicolas. Tu travailles. Tu manges. Super, weiter geht's mit er und sie. Er und sie sind dritte Person Singular. Er heißt auf Französisch Il und sie heißt El. Das ist doch leicht zu merken, oder? Il est mon frère. Er ist mein Bruder. Elle est ma soeur. Sie ist meine Schwester. Elle est sympa. Sie ist nett. Il est triste. Er ist traurig. Jetzt kommt eine kleine Übung. Versucht mal, Nicolas und Sarah zu beschreiben. Hier seht ihr, was die beiden tun und wie sie aussehen. Nicolas sieht fern. Er ist 13 Jahre alt und er ist nett. Sarah arbeitet. Sie ist 12 Jahre alt und sie ist. Los geht's! Hier die Lösung. Il regarde la télé. Il a 13 ans. Il est sympa. Elle travaille. Elle a 12 ans. Elle mange. Übrigens, damit ihr es nicht verwechselt, bei Elle handelt es sich nur um eine einzige Person, die weiblich ist und über die ihr gerade sprecht. Das ist ein bisschen verwirrend, weil sie im Deutschen noch ein paar andere Bedeutungen hat. Jetzt kommen wir zum kompliziertesten, aber zum Glück auch schon zum letzten Personalpronomen für heute. Man. Man heißt auf Französisch on. On hat aber auch die Bedeutung von wir. On ist auch drittperson Singular. On an des amis. Man hat Freunde oder wir haben Freunde. On ne travaille pas. Man arbeitet nicht, oder? Wir arbeiten nicht. Für wir gibt es auch noch ein anderes Personalpronomen, aber das lernt ihr erst später. Jetzt machen wir zum Schluss gemeinsam eine kleine Tabelle. Ich schreibe euch die deutschen Personalpronomen auf und dann möchte ich gerne, dass ihr euch an die Französischen erinnert und sie einsetzt. Los geht's! Ich, du, er, sie, man oder wir. Jetzt drückt auf Stopp und füllt die Tabelle aus. Schon fertig? Ich heißt je. Du bedeutet tu. Er ist il, sie ist el. Und man oder wir übersetzt man mit on. Das war's schon für heute. Ich hoffe, ihr habt eine Menge verstanden. A bientôt. Bis bald. 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 Vielen Dank.